Der neue Scenic ist das Familienfahrzeug schlechthin. Der nach VDA-Norm 506 Liter fassende Gepäckraum eignet sich ideal für alle Dinge, die im Alltag transportiert werden müssen. Dazu kommen insgesamt weitere 63 Liter zusätzlicher Stauraum. Zwischen den beiden Vordersitzen befindet sich das verschiebbare Vario-Modul. Es bietet ganze 13 Liter Stauvolumen. Ein nach hinten geschobenes Modul gibt weiteren Stauraum frei. Im Ablagefach des Vario-Moduls befinden sich zwei USB-Anschlüsse und ein Klinkenanschluss. Damit kann zum Beispiel ein Mobiltelefon geladen oder Musik zum Audiosystem übertragen werden. Im hinteren Bereich des Vario-Moduls sind zwei USB-Ladeanschlüsse und ein 12-Volt-Steckanschluss vorhanden. Im Font halten elastische Bänder elektronische Geräte sicher auf den Easy-Live-Tablets. Das gekühlte Easy-Live-Schubfach besitzt ein großzügiges Fassungsvermögen von 11,5 Litern. Zu guter Letzt bieten die Staufächer im vorderen und hinteren Fußraum zusammengefasst 38,5 Liter. Die Lehnen der Fontsitze lassen sich mittels One-Touch-Modularität über das Multifunktions-Display zu einer ebenen Ladefläche umklappen. Das Umklappen kann auch von dieser Stelle aus vorgenommen werden.